Hallo und herzlich Willkommen zu neuen Part Silent Hill Camilla. So, wir haben nun die Schlüssel und können vielleicht hier rein? No. Können wir denn hier rein? No. Das ist ja sehr sehr unlogisch. Können wir hier rein? 1K from the Cajun Fields. Oh, oh, wo sind wir hier? Oh, scheiße. Ja, es hat lange gedauert, dass ich wieder mal Silent Hill Camilla gespielt habe, weil ich Silent Hill, weil ich Final Fantasy 7 durchmachen wollte, also das Let's Play. Und das ist nun geglückt und ja, jetzt mache ich Silent Hill Camilla zu Ende. Mal schauen, vielleicht heute. Wir haben den 9. Juli. Das ist der Donnerstag und wir haben 23.52 Uhr. Also bei mir gerade, da wo ich das aufnehme. Mal schauen, ich möchte mal zwei Stunden aufnehmen. Aber hier, es sieht nach nichts aus. Wieso ist hier dieses rote Licht? Das muss doch irgendwas bedeuten. Und das gehe nicht auf. Eine Kamera? I don't... I don't know how to use this equipment. Scheiße. Hat hier... Ist hier wohl ein Kameramann? Mensch? Nee, Fotograf, genau. I don't know how to use this equipment. Hier muss ich bestimmt irgendwas machen, aber ich weiß hier was. Ich weiß noch nicht was. Na ja, gehen wir hier weiter. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Was ist das denn? Hm, da muss ich hier... Ah! Okay. After all preparations are complete, you can then develop the photograph. Don't forget to only use red light or else the negative will become overpour... Overricks, pause it, load the film into the drum and fill the drum with the chemical A, then trine the photographs in the ledger. One printed, dip the photograph into the white tray filed with chemical A2, afterwards dip the photo into the blue tray containing chemical B, wash the photo in the grey tray with chemical B. Water, finally allow the photograph to try. Also, ähm, so wie ich das hier gelesen hab und grade in mein Kopf übersetzt hab, also, wir, wir entwickeln sozusagen ein Foto. Also, wir machen ein Bild und dann nehmen wir den Film raus, beziehungsweise, ja, so halt das Negative, also den Negativ, so, genau. Und dann haben wir eine Chemikalie namens A und eine Chemikalie namens B. Und zuerst, ähm, und zuerst müssen wir die, ähm, das Foto in Chemikalie A tun und dann in Chemikalie B. Und dann, ähm, und dann durch dieses, ähm, ich weiß nicht, wie das, ähm, ich weiß nicht, wie der Apparat heißt. Steht hier auch nicht, ne? Naja, auf jeden Fall der Apparat, der dort stand, stand, äh, stand. A1, I pick it up. A2. Nö, das geht nicht. Empty Bottle. Uh-huh. Hm. There is no water. Das geht nicht auch. Hm. Also brauchen wir Wasser, aber hier ist kein Wasser, aber vielleicht hier. Ne, hier kriegen wir auch kein Wasser her, okay. Not enough. Okay, ja. Dann haben wir schon mal ein Rätsel. Hier war ich, oder? War ich hier schon mal? Hm. Ah ja, hier war ich, hier war ich. Das kenne ich hier. Okay. Hier müssen wir bestimmt irgendwas unterschmeißen. Hm. Ich dachte gerade, hätte irgendwas rot geleuchtet. Kaputt. Nein, ich brauche einen Schlüssel dafür. Ich brauche einen Schlüssel dafür. Und. So. Das war sowas von klar. Ah. Mann, 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 Mann. Speichern wir mal. Dann gehen wir mal runter. Du zwei. Nein. Ah. Ah. Ich habe gerade ein Stativ gesehen. Just an old toy. Nur ein altes Spiel zu... Was war das? Ja, toll, aber warum sind die diese Käfiger? Haha. Ja. So. Oh. Hat da irgendjemand was fotografiert? Wie? I found a tape inside the camera. The camera has... ...to take apartment 13. 13? Ne, das geht hier nicht. Das ist kein Wasser. Das ist doof. Das sieht aber nicht so gut aus. I don't even want to know who the sucks off who the sucks are for ne, that would also like to not know uuuuh geht nicht the door is stuck uuuuh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schauen wir mal hier Wenn es hier etwas gibt Wo wir Okay, 202 Nee, geht nicht 205 Okay Wieder unser Charakter Hallo Oh, der kann auch Einfach in der Wand laufen So wie bei War das Das geht nicht Das war klar Ich dachte Jetzt kommt irgendwas Nee 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 Kein Wasser Schade, dass es hier kein Inventar gibt Das finde ich sehr, sehr schade Ich spielte an der Klavier Hm? Aber ich kann nicht drauf spielen Das ist ja doof Alles klar, Leute Ich mache nun einen Schnitt Und dann sehen wir uns wieder Züge ein paar Silent Hill Alcamilla